Bei einem Polizeieinsatz Wir wollen mir was anhängen. Wird er zum Opfer einer Verschwörung. Ihr Mann steht unter Verdacht der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Straftat. Ich will verstehen, was hier gerade passiert. Wenn Robert unschuldig ist, warum ist er dann auf der Flucht? Haben Sie die schon mal gesehen? Oh, scheiße, Papa. Ich glaube nicht, was Sie sagen. Der Event-Zweiteiler. Der Staatsfeind. Am Dienstag und am 15. Mai um 20.15 Uhr in Sat.1.